Berlin was geht ab! Yeah, 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 yeah! Heute Abend in unserem Wohnzimmer in Berlin, im Binu, endlich mal wieder zusammen mit Tierstar. Und wir hatten heute schon einen richtig schönen Abend. Guckt euch auf jeden Fall die Cypher an. Guckt euch die zwei ersten Viertelfinalmatches an vom Battle of Honor. Ich meine, ich lasse das Publikum sprechen. Berlin, war das bis jetzt ein guter Rap-Abend, oder was? Yes, 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 yes! Und nun kommen wir zum Freestyle-Turnier. Acht MCs kämpfen um 200 Euro und ein 200 Euro Einkaufsgutschein von Defshop. Es läuft wie folgt ab. Die Jungs machen nur Freestyle, zwei bis drei Minuten. Und ihr müsst entscheiden, wer in die nächste Runde kommt. Ich brauche mal hier eine Losfee, bitte. Aus jeder Box bitte einen Zettel ziehen. Den ersten schon mal aufmachen. Und mir geben, perfekt. Oh, 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 oh. Berlin, bitte. Ein kräftiger Applaus. Das erste Battle. LBB gegen Murat. LBB! 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 Ja, ja. LBB! 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 Äh, LBB wurde als erster gezogen. Kopf oder Zahl? Zahl. Berlin, alle Hände will ich oben sehen. Das erste Battle, Freestyle-Match, zwei bis drei Minuten. DJ Pete, bist du bereit? Jungs, let's go! Okay, ja, man. Ja, 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 hört ihr mich? Hört ihr mich wirklich gut? Okay, ich fang an und schlag so den Spaß. Was ist das? Harry Potter mit Adipositas? Ja, okay, du hässlicher Hobbit. Eine Laien direkt Battle gewonnen. Ey, oh, ja. Es ist Muro und ich hau diesen Kek. Ich bin Harry Potter Pro und ich zauber dich weg. Halt die Fresse, der LBG. Ficke, seine Oma. M-U-R-O, vegan, ich um Levi-Josa. Ja, okay, kotzt doch den Spaß. Die Laien hast du in München da schon mal gebracht. Aber egal, du hässlicher Bastard. Deine Mom ist so fett, wie Verrande kommt mit Laster. Hab ich schon mal gebracht. Kann schon sein, denn ich brauchstständig. Das ist der Beweis, du kennst meine Texte auswendig. Halt die Fresse, kleiner Hurensohn. Ich bin ein Wahlberliner und du bist so zugezogen. Ja, okay, das ist der Beweis. Deine Texte sind so scheiße, die merkt man sich halt. Weißt du, ey, ich konnt da hier locker. Also halt dein Maul, du mobbeliges Opfer. Ich bin mobbelig. Halt die Fresse, der ist jetzt in dein Kopf gefickt. M-U-R-O, du willst dich battlen, schaffst du doch noch nicht. M-U-R-O, damals Mike fickt die NBD. Was für LBB? Na, represent AfD. Ja, okay, fickt das Opfer. Der Part war so schlecht, den brauch ich nicht mal kontern. Denn... Ja, du merkst, ich hab die Fähigkeiten. Ich lass dein Mädel reiten nach drei Hefeweizen. Yeah, 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 yeah. Ey, yo, laber mich nicht voll, egal von wegen, jetzt mal Hefeweizen. Dein Hype gegen mich wird doch jetzt eh nicht reichen. Ich komm als Mike und boxe mit mein Doppelkin. Raps nicht über dir, wenn du nach zwei schon besoffen bist. Ja, okay, ich bänge diesen Lauch. Ey, mein Hype ist größer als dein Bauch. Also Schnauze. Ja, okay, ich klatsch diesen Schmock. Sogar ich schlag dir die Kappe vom Kopf. Ich bin sowas von egal, denn ich hau diesen Spackotod. Was für mein Bauch? Drop dein Ende, gib die Drop-Trafo. So siehst du aus, halt die Fresse, jetzt nicht bänge dich. Ich bin zwar fett, dafür bist du Hurensohn voll hätslich. Ja, okay, ich schlag dich hier im Nu. Was mein Drop weg ist, kam bei dir dazu. Also. Ja, okay, ich hab dich jetzt gebankt. Tschüss, das war's. Dein Testament. Ja, mein Testament, du Bitch. Halt mal deine Fresse, ey, dein Hype beende ich. Du siehst aus, mein Testament auf ne Weise. Da steht LBB, wie kommt den Resten da an die Scheiße. Ja, okay, ich schlag dich ins Gesicht. Mich beenden, merkt man nicht. Also, ey, gib dir bitte mal Mühe. Sonst krieg ich dich hier im Stick von der Bühne. Ist mir sowas von egal, ich komm ans Mic, dich beendet, Mann. M-U-R-O, ich guck dir einfach deine Eltern an. So siehst du aus, ich werd dich Hurensohn jetzt hier quillen. Kannst nicht mal sehen, nicht mal sprechen, nicht bis viel sehen. Vorbei, macht mal her für das erste Match. Gibt euch Respekt, Jungs. Geiles Ding, Alter. LBB, 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 LBB. So, kommen wir zur Abstimmung. Angefangen in diesem Battle hat LBB, wenn ihr dafür seid, dass er in die nächste Runde einziehen soll, dann jetzt bitte Lärm und Hände. Wenn ihr dafür seid, dass Muro besser gefreestet hat, dann jetzt bitte Lärm und Hände für Muro Belly. LBB! Sehr ein nices Battle, herzlich willkommen in der nächsten Runde, LBB! Top Tier Takeover, endlich wieder zu Hause in Berlin und das erste Vorrundenmatch, gleich ein richtiger Knaller, LBB gegen Muro. LBB konnte das Ding für sich entscheiden, Muro, bei dir habe ich so ein bisschen gewartet, wann zündet der Muro-Motor, den ich so kenne, den ich aus Köln kenne, den ich von einigen Turnieren auch beim letzten Turnier hier in Berlin. Irgendwie kam es dann nicht so richtig, was war los, Alter? Ja, deswegen ist es so, ich kam halt wirklich dann nicht richtig zum Zuge, als die Mutter starten wollte. Ich habe den abgesoffen, wenn du Mutter zweimal abseufst, dann kommt da nicht mehr viel. Ja, du hattest natürlich dann auch so ein paar prägnante Lines, die dann halt natürlich auch den Geräuschspiegel hochbringen und wenn der MC in der nächsten Runde dran ist, wie er sagt, dann seufzt man schon mal ab. Wie war es für dich? Ich meine, der Hype ist immer noch real, wie man so sagt. Du kommst hier auf die Bühne gelaufen und die Leute schreien alle LBB. Baut das Druck auf dich auf oder denkst du mir so, das ist mir scheißegal, ich mache da mein Ding? Es baut voll Druck auf mich auf, um ehrlich zu sein. Ja, naja, also ich gebe mir dann einfach Mühe und versuche was zu reißen. Am Ende ist es mir dann irgendwie auch egal, solange ich mit meinen Leistungen zufrieden bin, kann ich damit leben. Also, liebe Leute, weiter Druck auf LBB ausüben, damit er seine Leistungen ausbauen kann. Naja, aber vielleicht, stell dir vor, der Druck wäre nicht da. Dann wird es vielleicht nicht so laufen, man weiß es ja nicht. Es wird laufen, wie es läuft und wir sehen LBB im Halbfinale. Aber Murut, jetzt sehen wir auch wieder, oder? Boah, wir gucken mal, ne? Halt die Klappe, du kommst wieder. Ciao.